Holy Shit, Dicka! Yooooooo! Crazy Dude, Dicka! Oh shit, Dicka, es kommt immer noch Einbobst! Come on, Dicka, zeig nochmal! Komm, den nächsten, den nächsten Junge! Oh fuck das lasso, bro! Holy Shit, wie viele... Wie viele Tänze haben sie denn animiert? Jeder fährt siebzig. Meine Fresse, was ist denn das für ein Simulator? Du kannst hier gar nicht reingehen, du kannst hier gar nicht reingehen. Du Idiot! Ja, dann klar stirbst du, was denkst du denn, dass du in der Lama überlebst oder was? Na klar kann man da reingehen. Hä, als ob man da reinkam. Ja, ne kann man nicht. Boots! Was ist denn das jetzt für ein Smiley? Hä, was soll mir der jetzt sagen? Wie, was ist denn das? LOL! Hahahaha! Hahahaha! Hahaha Junge, er sieht halt mies stylisch aus Holy shit dicker, not bad digga Wie viel ist dein Outfit wert, Bruder? Er braucht 20 Minuten zum erklären wie viele Sachen er anhat Alles klar Alles klar Digga, hier gibt's keine Probleme Ich pack mal das mittlere Drittel ne Ich leg mich jetzt mit Kamera an Digga Komm Kamera, wenn du existierst Krass Digga Ja komm, komm Komm jetzt noch, mach, mach in einem zu Ja, mach in einem zu Mach in einem zu, komm in einem Sitz Ja Was ist das? Ihr würfelt eine 13 Ich bin komplett außer Gefahr Aber Danny, Danny Returns würfelt deine 13 Die 13 Go best Alright Alright Steine Okay Guys Here we go I'm told the standing room only signs went up Stein Nein Tchere Okay Okay Ah 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 So low Du hast sogar noch Zeit gehabt Einfach zu schubeln Ja, aber ich hab Ich hab aber ehrenhafterweise gesagt Das, was ich vorher gedacht hab Bro, dein Kopf hat's einfach nicht an Hast du grad geliest? Ja Junge, der Stream, äh der Nieser war noch an Stream Ist der noch an? Der Stream, der Nieser war noch an Stream Digga Als er das überrat ist Du gesagt doch Ja, was denn? Ich hatte gesagt, dass ich noch Werbung schalte Leute, macht's gut, ne? Ciao Der Nieser, der war voll süß Digga